Wasser, die Grundlage allen Lebens. Und auch das erste Leben selbst entstand vor rund 3 Milliarden Jahren im Wasser. Ohne Trinkwasser könnte die Menschheit nicht existieren. Das Lebenselixier Wasser hat insbesondere als frisches Quellwasser eine belebende und vitalisierende Wirkung, die unsere Gesundheit und auch unser Wohlbefinden positiv beeinflusst. Auch äußerlich. Wer von uns freut sich nicht auf eine erfrischende Dusche? Das von den Wasserversorgungsunternehmen gelieferte Trinkwasser unterliegt strengsten Kontrollen und ist sowohl chemisch als auch hygienisch in einwandfreiem Zustand. Dennoch ist innerhalb der Richtwerte der Deutschen Trinkwasserverordnung ein breites Spektrum unterschiedlicher Wasserqualitäten vorzufinden. Durch die Aufbereitung und lange Transportwege verliert Leitungswasser seine ursprüngliche Vitalität. Außerdem hängt die Wasserqualität vom Calciumgehalt im Wasser ab. Zu viel Calcium bzw. der daraus entstehende Kalk kann Leitungen und Haushaltsgeräten schwer zusetzen. Kalkflecken auf Armaturen und Fliesen sowie erhöhte Energiekosten durch Kalkablagerungen auf Heizelementen sind die Folge. Ganz zu schweigen von Kosten eines Rohrverschlusses durch Verkalkung. Aber auch zu weiches Wasser hat seine Tücken. Es begünstigt Korrosionserscheinungen. Wasserrohrbrüche und rotbraunes Wasser aus der Leitung sind nur einige der verheerenden Auswirkungen. Kein angenehmer Gedanke, dass verrostete Rohre die Verpackung unseres Lebensmittels Nummer 1 sind. Doch hierfür gibt es Lösungen. Permatrade bietet Ihnen umweltverträgliche Alternativen im Bereich Filtertechnik, Kalk- und Korrosionsschutz. Sie gehen auf Nummer sicher. Hunderttausendfach bewährte Produkte in Verbindung mit umfangreichen Garantieleistungen sprechen für sich. Permatrade macht aus Leitungswasser frisches, natürliches Trinkwasser. Und nicht nur das. Durch Sauerstoffaktivierung wird dem Wasser einen Teil seiner ursprünglichen Quellwasserstruktur zurückgegeben. Eine Struktur, die normales Stadtwasser schon lange nicht mehr aufweist. Permatrade – natürliche Frische direkt aus dem Wasserhahn. Warum also noch schwere Mineralwasserkisten schleppen? Vitalisiertes Wasser für Ihr Wohlbefinden. Permatrade – Wasserbehandlung mit Zukunft.